Die aktuellen Platte, das ist ein Duett. Und warum nutzen wir es nicht aus, wenn wir noch weitere coole Musikerinnen und Musiker hier haben? Ich sage immer, sie ist zehn Jahre jünger als ich und sie sieht trotzdem mehr nach 80s aus, als wir es jemals aussahen. Hier kommt für euch Jamie von Violux! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! I'm a pinzels. I'm a pinzels. I'm a pinzels. I'm a ma große chose. I'm to be like you. Tell me, what was I'm needed? Tell my evil through and through. Chance of feeling. Will it all come back to you? Will you ever get? Untertitelung des ZDF, 2020 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 It's okay.